Manchmal haben wir sofort alles, um etwas zu ändern. Und manchmal müssen wir uns überlegen, was es noch braucht. Aber irgendwann ändert sich immer alles. Das Einzige, was immer bleiben wird, ist ja die Liebe. Und alles andere, das hat einfach einen bestimmten Zeitrahmen. Der kann mal kürzer sein und mal länger. Aber das bleibt nicht für immer.